So, liebe Tesla-Kommune, was euer Auto kann, kann der Cadillac auch. Ein schönes Emblem, das Cadillac-Emblem. So, das lasst weg. Das war nämlich nicht da, aber so funktioniert es jetzt, oder? Das war nämlich nicht da, aber so funktioniert es jetzt. Das war nämlich nicht da, aber so funktioniert es jetzt. So, heute ist ein besonderer Tag. Wir sind in unserem Ausstellungsraum, in der Zahmdorfer Straße. Heute stellen wir mal so die größten SUVs vor. Der besondere ist natürlich der Cadillac Escalade, kurze Version, lange Version. Der Escalade wurde 1998 das erste Mal gebaut auf dem Chassis von einem Chevrolet Tahoe. 2002 wurde das Programm erweitert. Da war es dann der lange, der XL, der heißt dann ESV und es gab damals sogar eine EXT Pickup-Version. Damals hatten die Autos einen 6-Liter-Motor mit einem 6-Gang-Getriebe, teilweise einer 5-Gang-Getriebe. Ja, jetzt sind wir mal in einer ganz anderen Liga. Das ist also der Cadillac Escalade SUV, kurzer Radstand. Der schwarze ist ein ESV, das ist die lange Version. Das Grundmodell von diesem Fahrzeug, das ist tatsächlich ein Chassis von einem Chevrolet Saburban. Baugleich vom Chassis ist natürlich auch der GMC Yukon XL. Der Chevrolet ist wahlweise mit einem 5,3 Liter oder mit einem 6,2 Liter Motor lieferbar. Der GMC nur mit einem 6,2 Liter. Escalade auch nur 6,2 Liter. Also der GMC und der Escalade ist das obere Level von den SUVs, sind auch die teuersten. Also es geht los, Saburban. Sowas kostet irgendwo um die 90.000, das geht in die Richtung 100.000. Mit dem feinsten Leder und natürlich mit der besten Innenausstattung, mit Monitoren, 22 Zoll Räder, elektrische Trittbretter. Ist der Preis zwischen 130.000 und 40.000, je nach Ausstattung, je nach Dollarkurs, weil die Fahrzeuge müssen wir tatsächlich selbst importieren. Und in der neuesten Version gibt es natürlich einen super coolen, guten Motor. Das ist der 3 Liter Duramax Diesel mit über 600 Newtonmeter Drehmoment. Sehr laufruhig, haben wir schon mal in einem Silverado Pickup vorgestellt. Sind sehr selten die Autos. Wir bekommen in Kürze 3, 4 Stück und das war es wahrscheinlich auch für dieses Jahr. Chevrolet hat Motornöte, das heißt es werden mehr 6,2 Liter gebaut mit dem 10 Gang Getriebe, wie mit dem Duramax Diesel Motor. So, ein Blick unter die Motorhaube ist natürlich sehr wichtig. Hier sieht man tatsächlich noch ein V8 Motor, 6,2 Liter. Harmoniert natürlich perfekt mit dem automatischen Verteilergetriebe, mit dem 10 Gang Automatikgetriebe. Ist super gut abgestimmt das Ganze. Vom Spritverbrauch, Durchschnittsverbrauch von 12, 13 Liter, braucht man sich ja nicht verstecken. Und wenn man das tatsächlich mal umrechnet auf ein Fahrzeug mit 5 Sitzen, wie zum Beispiel ein großer BMW oder ein Porsche. Wir haben 6 oder 7 Sitzplätze und ich rechne jetzt den CO2 Verbrauch wie beim Flieger auf die Passagiere um. Sind wir mit dem Escalade komplett im Rennen. Und der Diesel sprengt alles. Der Duramax Diesel, neueste Entwicklung, auch mit dem 10 Gang Getriebe. Das Auto fährt tatsächlich zwischen 8 und 10 Liter. Ich habe das selbst ausprobiert, also das sind keine falschen Angaben. Hat einen Drehmoment, da kannst du dreieinhalb Tonnen Hänger anhängen. Er bleibt nicht stehen, weil da gehen wir richtig die Räder durch. Ja, da machen wir wieder zu und dann gehen wir zum Interieur. So, feinstes Leder, schöne Sitze mit Lodosenstütze, Nackenstützen mit Lautsprechern, edles verarbeitetes Leder mit Sitzbelüftung, Sitzheizung, mehrfach elektrisch verstellbar. Und das Beste ist natürlich, in meinem Alter braucht man natürlich schon einen Massagesitz. Also bei mir wird das Leder wahrscheinlich bald durchgescheuert sein, weil das fühlt sich mal richtig gut an. Also wir sitzen jetzt in einem Sport Premium Modell, hat dann die Holzapplikationen, Konsole ist gleich wie ein Platinum, großes Panoramadach. Ist die Frage, was braucht man noch mehr? Mehr Bildschirme gehen fast nicht mehr. Neues Interieur, neues Armaturenbrett, modernste Anzeigen, alles was man braucht, ist tatsächlich drin. Und das Schöne ist, an dem Auto gibt es tatsächlich noch einen Schalthebel, da stehe ich komplett drauf, wie die ganzen elektronischen Knöpfe oder Drehräder zum Gang einlegen. Ich finde, man muss einfach noch den Knüppel in der Hand haben. Modernstes Design, ein gekrümmtes 38 Zoll Display mit fünf Monitoren drin. Eins, zwei, drei im Spiegel und hier die Heizung und die Steuerung von der Klimaanlage, alles. Das sind also fünf Systeme, auf dem kleinen Display hier kann man die Mittelfunktionen steuern. Hat natürlich Night Vision, Kamera vorne, Kamera hinten, Map, Navigationssystem und hier können die Instrumente hier geändert werden. Also das linke Display, das kleine ist die Steuerung für das große Display, sind alle gängigen modernen Funktionen drin. Es ist halt einzigartig, dass das ein 38 Zoll gebogener Bildschirm ist. Hier sieht man dann die ganzen Funktionen mit Radio, Navigation, Bluetooth. Hier ist die Steuerung von der Heizung oben, unten, Klimaautomatik. Es ist alles komplett in einem Bildschirm drin, also das ist mal ein großes Kino. Da hat man was zum Spielen. Elektronische Handbremse, dann die Automatik für das Allradsystem, also Zweirad, also Heckantrieb, dann Vierradantrieb Schnell, Vierradantrieb Low, also doppelte Kraft, halbe Geschwindigkeit. Dann hier sind die Fahrmodien, Tour Sport Offroad Two Hole für einen Anhängerbetrieb. Und was ich natürlich besonders gut finde, ist die Luftfederung, die natürlich automatisch regelt, kann aber auch manuell hoch und runter gefahren werden. Also es ist alles drin, was man braucht, technisches Highlight, nicht zu vergleichen zum Vorgängermodell. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt sind wir beim Soundsystem, 36 Lautsprecher, man sieht ja im Amatura-Brett sind überall kleine Löchlein drin und darunter sitzt der Lautsprecher. Auch im Display ist das steuerbar. Da geht was. Die Heckklappe ist zweistufig einstellbar. Einmal kann sie bis zur Dachhöhe öffnen und dann über die Dachhöhe. Also wenn jemand zwei Meter groß ist, kann er sich den Kopf nicht anstoßen. Ich bin jetzt auf der Maximalhöhe. Ich öffne jetzt mal die Heckklappe, also ich muss nicht aussteigen. So, dann gibt es zwei Drittel, ein Drittel umklappbare dritte Sitzreihe. Kann man natürlich in zwei Sekunden eine riesengroße Ladefläche zaubern. Die mittlere Sitzreihe ist auch umklappbar. Das heißt, die Ladeposition oder die Ladefläche kann man vergrößern bis zu den Vordersitzen. So, hier mit feinstem Leder, mit Holzapplikationen. Hier ist die Sitzheizung, Sitzkühlung, elektrische Spiegelsteuerung und die Memory-Funktion. Das haben eigentlich die Chevrolet-Fahrzeuge schon seit längerem. Ein siebesitziger Ausbau, muss natürlich auch auf den Rücksitzen einfach bedienbar sein. Zwei Handgriffe, einmal umlegen, einmal kippen und schon kann man einsteigen. Einfacher geht es nicht. Kein Hin- und Hergeschiebe, mit einem Griff sitzt die ganze Sache. Beim Entertainment-System fehlt natürlich nichts. Unten sind zwei Stecker für die Spielkonsolen, für die Kinder. Man kann hier das Navigationssystem draufschalten, also man kann von hinten schauen, wo wir jetzt hinfahren. Und natürlich kann man Filme anschauen, das ist alles kein Problem. Also es ist die modernste Technik, bedienbar auch von der hinteren Sitzreihe. Schlüsselfunktion, dann natürlich starten, dann kann ich die Klappe ganz nach oben machen oder in Dachhöhlen. Ich mache sie jetzt mal ganz hoch. So, dann gehen wir mal zum Innenraum. Hier auf der rechten Seite sieht man dann die Schalter für die Rücksitzbank. Also die dritte Bank ist jetzt umgeklappt und man kann natürlich von hinten auch die vorderen Sitze steuern. So, und jetzt hat man natürlich eine mega Ladefläche und man kann von hinten auch die Sitzbänke oder die Einzelsätze nach vorne klappen. Einfacher geht das Beladen definitiv nicht. Wer kennt das Problem nicht? Alle Hände voll zu tun. Man war mal beim Shoppen, findet den Schlüssel nicht im Parkhaus. Beim Eskalate ist das kein Problem. Das Emblem hat nämlich eine Funktion. Man tritt drauf und die Heckklappe geht auf. Die Heckscheibe ist getrennt von der Heckklappe zum Öffnen. Die mache ich jetzt zu. 6,2 Liter, 428 PS, über 600 Newtonmeter Drehmoment. Und dann mit einem perfekten abgestimmten 10-Gang-Automatik-Getriebe, Paddle-Shift am Lenkrad. So muss es sein. Frontkamera, richtig scharf. Ich glaube man sieht es sogar, wenn eine Ameise über die Straße läuft. Das ganze Amateurbrett ist sehr übersichtlich, obwohl sehr viele Funktionen drauf sind. Also man muss nicht lange suchen. Man sieht alles auf einen Blick. Das ist also keine Wackelbute, wie man sich das beim amerikanischen Cadillac vorstellt. Das Fahrwerk ist straff, die Bremse ist straff. Also man kann sicher Passstraßen oder Landstraßen auch zügig fahren. Also man muss nicht irgendeinem Diesel nachfahren. Man kann auch überholen, ohne dass irgendwas sich aufschaukelt. Selbstverständlich hat das Fahrzeug natürlich eine Lenkradverstellung. Höhe und rein und raus, elektrisch. Einfach zum Bedienen. Also man kann sich die ganze Sitzposition, so wie das Lenkrad, optimal einstellen. So, die kleine Probefahrt ist zu Ende. Aber es gibt nur eine kleine Überraschung. In Daytona hat der Ränger van der Zander, ein Freund von uns, Cadillac Werksrennfahrer, einer der schnellsten Rennfahrer weltweit, den Cadillac Escalit V getestet. Lasst euch überraschen. Ja, das ist ein schönes Rennen. So, sie haben mir diese Fahrt, um zu versuchen, was es ist. So, es ist ein schnelles Fahrt, es ist ein neues Fahrt. Es sieht so aus, ich muss den Rennl-Aufgabe von der Rennl-Aufgabe bekommen. Helmets sind weg. So, es muss eigentlich nur noch das Licht aus, ausgehend von der Tiefgarage. Man sieht schon auf dem großen Bildschirm, dass sie aktiviert ist, die Anlage. Und eigentlich muss man dann Fußgänger und Sonstiges nachts erkennen. Zum Beispiel, wenn man eine Landstraße fährt und es ist Wildwechsel, wie man das auch sieht, dann wird man da das Wild im Bildschirm sehen. Jetzt werden wir mal die Anlage testen. Night Vision, cooles System, hat es früher schon im Hammer H1 gegeben, hat aber noch nicht so richtig funktioniert. Das war so ein gebasteltes Zeug. Aber beim Escalade gibt es kein Bastelkram. Ich denke, die funktioniert. So, ich bin jetzt kein Hase und kein Reh und kein Wildschwein, aber ich denke, im Bildschirm wird man mich sehen. Cadillac ist und bleibt einfach eine Edelmarke. Von der Limousine angefangen bis zum dicken SUV. Die Autos sind einfach edel, gut verarbeitet. Schöne Motoren, die hören sich noch an wie ein Auto. Ich möchte mich noch bedanken beim Ränger van der Zander und beim Cadillac Team, dass wir das schöne Video von Daytona von den V-Tests verwenden dürfen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und dann bis bald. Ciao.